das verjagte mich jetzt es wird langsam nacht aber meine fünf baumstimme der eine gute alten der ist jetzt weg ok die kommen irgendwie von da ich will mal ein bisschen schneller ich brauche die leuchtstoffpistole dann könnte ich zumindest mal das erste viel besiegen dann könnte ich bitte besiegen ich brauche dazu die leuchtstoffpistole und hier die axt die sind dahinten weg mit dir mensch mein freund da hinten hilft mir legt der noch frisst der baby nicht mich aber auf den stein wo sind die ok da hinten da wo meine baumstimme sind was soll das denn mein gott da bist du jetzt dran ich lass dich nicht entkommen ich kann nur einmal zum schlangen jetzt lauter nicht noch dahin da hinten nicht wo hat die denn wo hat der mein baustimme gemacht da vorne natürlich ich komme die baustimme ich komme mit dem baustimme tschüss das war das für ein geräusch da haben wir noch einen dann auch noch ein was war das hat mich jemand gesehen oh die steht ja da warte ist das eine blaue ich brauche noch einen baumstamm das ist eine blaue liegt denn hier nicht noch ein baumstamm dann fand ich halt noch einen baum weh der kommt wieder tschüss ich hab ihn gesehen da hinten der ist da oben der kann so schnell nicht hier runter ich seh gar nix komm mach doch schnell den baum mach den kaputt gib das her los schnell wo ist das Vieh ich weiß nicht hoffentlich nicht in meinem Haus drin geh rein da und schnell speichern bevor irgendwas passiert speichern mein Gott das war doch eine super erste Folge jetzt für heute ich hoffe das war jetzt die richtige Folgen abtrennung ich weiß es nicht sehr schön jetzt warten wir noch ganz kurz bis es nacht wird Moment jetzt wohne ich ja hier es wird erstmal ein neues Lager ich muss wissen wo die Sonne jetzt untergeht geht die da hin geht die dazu oder da warte mal hier ich weiß nicht ich glaube jetzt kommt irgendein Wind wir sehen es ja gleich wo die Sonne aufgeht aber das war eine blaue habt ihr das gesehen so eine blaue Spinne und es wird Nacht bitte nicht nachts auf oh ich hab verschluckt nicht nachts aufwachen Dankeschön die Sonne geht wo auf da okay das heißt da geht sie unter das wird rot so habe ich irgendwelche Stöcke gedenken sammelt so wir haben jetzt da hinten noch ja da haben wir noch ein paar Stöcke liegen ein paar Dinger liegen soll ich muss erstmal was essen bam ich brauche habe ich den Stöcke fünf ich muss die unbedingt so ein trockengestellt machen ah genau fünf guck mal hier läuft das alles irgendwie flüssiger habe ich das Gefühl das nicht das ist jetzt wieder los so so einen Wassersammler stellen wir noch auf ich habe ja das Teil der ist auch noch aufgefüllt ich trinke jetzt erstmal doch ich trinke das mal so da brauche ich noch drei Stöcke die sind ja hier noch Gott sei Dank überall aber meine Baumstämme die dürfen nicht verschwinden ich gucke jetzt gleich mal was ich da alles an Echsenhaus und alles hier gefangen habe da läuft meine Echse da ist ein Wildschwein ich habe es erlegt oh, 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 oh gib das Essen her das, das kannst du nur mitnehmen da und den Stein natürlich nicht dann machen wir auch noch sowas was ist da hinten schon wieder ne, das ist ein Baum ne genau was wie viel Hasen laufen denn da rum ich habe ihn ich brauche Hasenfell also hier ist hier ist auch gut alles ne das nehme ich auch hier habe ich eine Echse jetzt da hast du gar nicht, weil liegt er noch ich nehme alles mit habe ich den Pfeil ich glaube schon pack den Teil mal wieder weg sehr schön so, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zu essen habe ich noch was mein Kaninchen das nehme ich aber wieder mit so, was habe ich jetzt hier Wildschweinleder was kann ich denn damit tun ein Steinbeutel Speertasche Steinbeutel das ist aber für die kleinen Steine, oder? na, ist egal ich mache das einfach mal jetzt habe ich keine Seile Moment so, wie viele? drei oder vier? drei, okay ah ne, das ist für die Steine sehr gut was habe ich jetzt hier noch ich habe zweimal Reefell einmal Hasenfell ach, Echsenhaut kann ich damit eigentlich noch irgendwas machen außer diese Tarnrüstung ne aber Blätter und wir haben noch einmal Tarnrüstung die Tarnrüstung die ist sehr gut solange ich noch Blätter habe ja, wir drücken hier jetzt erstmal ne Weile also, was holen wir jetzt als erstes Kletter-Axt ich glaube, ich hole als erstes die Leuchtstoff-Pistole die ist eigentlich am einfachsten aber ich kann gar nicht mehr da hinpacken nein, was machst du denn? hä? wie viel haben wir denn da jetzt noch? noch zwei oder noch drei? doch kein Baumharz okay so, da ziehen wir jetzt erstmal an hä? okay, wir sind auf jeden Fall jetzt voll was haben wir eigentlich für ein Outfit an? was ist das denn? schon wieder meine Flugbegleiteruniform ach nee man, wir hatten doch irgend so das hier, oder? ja ach, super sieht das aus hat da gerade jemand aufgeschrien? was ist das? ach, nochmal Alligator ach nein, man kann nur einmal da draufschlagen, ne? ach, das war's schon das war irgendeiner von eben na, komm mal mit, mein Sohn oh und das ist der Vater das ist der richtige Vater Rüdiger bleib stehen ich brauche so ein vierhalts Haustier nicht mich angreifen oh, oh Gott was ist denn jetzt wieder los? ich hab da jemand das war der Hase ich voll depp ich dachte, da rennt jemand auf mich zu das war der Hase ja das gibt's ja wohl nicht hier geblieben jetzt der lebt immer noch der lebt noch schlag doch schneller jetzt aber na komm ach, das kann schon nicht mehr mit dem Band in den Steinen was ist das denn? ups was ist das? Ringelblume sie sind hier überall irgendwas ist da ich glaub, das sieht aus wie eine Echse ja man, ich brauch Hasen also hier kriegt man auf jeden Fall viel Echsenhaut ach, da kann ich mitnehmen haben wir noch ein zweites Gestell hier jetzt geht das wieder los jetzt stell ich überall mein Gestell wieder auf ja, oder halt auch nicht warte, ist hier noch irgendwo Platz ja, da oh nein da hinten kommt da schon wieder jemand ich seh ihn doch aber diesmal normale Farbe ach, da ist ein Kaninchen warum lauf ich immer genau in die Kaninchen rein? ich seh die immer erst, wenn's zu spät ist was war das? Wildschwein schon wieder wo ist das Vieh? wo ist das hin? ja, das war ja ein Superspot, den wir uns jetzt ausgesucht haben die können von da überall kommen was war das? oh Gott, hab ich grad hier erschrocken hä? ich hab doch noch einen so, die Echse kommt da hin das kommt da hin was, mehr hab ich gar nicht? ich dachte, ich hätte viel mehr so, ich muss warten, bis es regnet ach der sieht mich nicht Tarnen mit meiner Tarnrüstung ab in den Wald, mein Freund kommt da noch mehr? im Busch Tarnen sieht kein Mensch da sieht mich wirklich niemand der Busch bleibt da wenn ich mich schon kein Tier zähmen kann, dass mein Haustier wird wird der Busch mein Tier mein Haustier ja, dann sollte ich vielleicht nicht wie wild hier rumschwimmen äh, hier rum springen und irgendwelche Leute auf mich aufmerksam machen wo ist die Spinne hin? na gut wir müssen auf jeden Fall warte, wo ist der Kompass? in diese Richtung ziemlich genau in dieser Richtung ist es auch allerdings ich meine ich bin ja hier pack den mal weg pack das weg ich bin ja hier das wollte ich jetzt sagen genau bevor ich erstmal in den Wind da reingehe äh in den Dings hier ja, ihr wisst schon, ne? in den Schnee da oben reingehe ins Schneegebiet bevor ich da reingehe möchte ich mir so ein Wärmeanzug mal machen hab ich noch nie gemacht hallo? wo ist meine Tür? dieses Mal bleibt die Tür so wie sie ist warte mal so ein Wärmeanzug dafür brauche ich wie viel Hasenfell? Köcher kleiner Steinbeutel Moment mal Hasenfell steht in Wärmeanzug sechsmal ein Hirsch was ist das denn alles? nein, das ist kein Waschbärfell, oder? was ist denn das Erste? oder ist das Echsenhaut? ne, Echsenhaut ist es nicht nein, ich brauche da nicht wirklich so ein Waschbärfell wo kriege ich denn ein Waschbär her? oder was ist das? viermal auf jeden Fall Wildschweinhaut sechsmal dieses Rehfell und einmal Hasenfell aber was ist das Erste? ist das irgendwie Schildkrötenhaut, oder? es gibt ja auch diese anderen Schildkröten hier ne, ich weiß gar nicht wo die zu finden sind tarnen muss ich mich ähm oder Moment mal okay, ich hab noch ein bisschen bevor ich schlafen gehe warte, wo ist die Sonne? warte, da geht's unter, ne? wo ist denn die Sonne? ach da ja okay, da haben wir noch Zeit dann würde ich sagen gehen wir heute zu Kapitel was ist denn für einer? übrigens hab ich hier nicht mal ein Feuer fällt mir auf pack das doch weg ich hab ich hab da irgendwas gesehen oh, da sind doch noch zwei ich hab da irgendwie sowas gesehen Moment jetzt tarnen sehen die mich? ich glaub fast ne, oder? der eine, der kommt auf mich zu langsam tut mein Daumen weh oh, oh oh ne, der hat mich nicht gesehen was macht der denn da? vielleicht kann ich ins Wasser reinlocken hallo sir kommen sie mal her wenn du mich jetzt nicht siehst ey was kommt da auch noch einer? oh, der kann da stehen der kann da stehen wir müssen noch weiter zurück na, ey was macht der denn da? der springt da einfach so hoch ist der gerade da oben lang? was macht der denn da? Moment mal ich muss mal ganz kurz ach, jetzt hab ich meine Medizin zu Hause vergessen oh, nein noch halt ist aus ach, ich komm hier nicht hoch oder wat? die gehen wieder wo ist der andere? ist der schon längst gegangen? läuft der hier noch irgendwo frei rum? ich weiß es nicht ich hab sogar irgendwo Rüstung verloren der steht auch nicht in meinem Haus drin ne? na, halt ich ich esse das erstmal noch nicht bevor hier nicht irgendwas fertig ist ah, ist schon fertig dann nehme ich das und das ah, und das jetzt auch und das das bleibt erstmal da ja, äh, jetzt gehen wir mal auf den Weg, ne? ich hab ja hier schon so ein paar Leuchtstofffackeln das ist alles getrocknet ich hab noch ein bisschen Echsenhaut zieh ich zweimal noch an ich geh jetzt einfach mal, ne? schül ja, ich hab auch diese Molotows ah, ich hab ja gar keine Moment, hier kann ich doch erstmal ne Fackel herstellen sch notorbank nein da, ich geh nach oben ich muss ächten Schnee wenn jetzt da oben rumlaufen ich glaube gerade da steht jemand jetzt hat er mich wirklich verfolgt bis hierhin ich glaube das nicht ja komm mein freund du bist ganz allein guck mal wie der sich langsam da anschleicht der ist nicht mehr alleine wo ist das schneegebiet so hier oben finde ich mich nie zurecht das wildschwein das wildschwein guck dich doch nicht um da ist ein wildschwein das sich in den winterrein verfolgt ach die laufen ja auch noch um war das ist eine falle? nee ich verlaufe mich hier immer wieder ich muss, wo muss ich hin? noch weiter glaube ich irgendwo da oben muss das sein ist das nicht da? das sieht man doch normalerweise was ist das denn? ein Eichhörnchen ich muss hier irgendwie hoch ich muss gleich meine Fackel holen da oben ist das oder? da oben ist das glaube ich nicht ich weiß dass mir kalt ist Moment da ist es ich laufe der Mann dran vorbei was ist das denn jetzt? ja jetzt haben wir noch kälter geh mal da rein da haben wir die Leuchtstoffpistole und wer sonst noch was? das ist das? kann ich nicht einfach wegfliegen mit so einem Vogel gibt es hier nicht normalerweise noch mehr Koffer na gut jetzt gehen wir erstmal zurück wir sind jetzt hier oben auf der Karte für die die sich das hier so ein bisschen als Crafting Guide angucken oder als generellen Guide so jetzt muss ich erstmal wieder hier runter und zwar am besten Heil guck mal hier bin ich ja schon wieder draußen ich laufe hier hinten quer das Schneegebiet ich hätte einfach da hinten auch gehen können oder so jetzt müssen wir aber noch speichern warte wo wohne ich denn? da unten bisschen Blätter bisschen Stöcke Aufweg mitnehmen dann gleich die Sachen hier wieder kommen ne? die mich verfolgt haben ne ne du bleibst am Leben Eichhörnchen die töte ich nicht ich bin ja kein Unmensch ich töte nur das was ich essen kann selbst der Krokodil kann ich essen warte ich geh wohn der jetzt kommt der wirklich noch